Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Arma News. Mein Name ist Martin und ich freue mich, dich heute hier wieder begrüßen zu dürfen. Und am Anfang habe ich eine Bitte an dich. Wenn dir dieses Projekt gefällt, unterstütze mich mit einem Daumen nach oben und einem Abo-Button, um keine News mehr zukünftig zu verpassen. Wir haben heute ein paar Themen rausgesucht. Ist nicht ganz so viel, denn so viel passiert nicht. Und trotzdem, es ist Zeit, wieder eine News zu machen. Mit diesen Worten, liebe Community, viel Spaß bei der Arma News. Doch bevor wir beginnen, eine kleine Werbung in eigener Sache. Zum einen geht das Arma 3 Tag X Event am 11.06.2023 weiter und dieses Mal das erste Mal auch auf Twitch gestreamt. Das Ganze kommt natürlich später auch auf YouTube mit rein. Allgemein streame ich zukünftig wieder auf Twitch. Der Link ist dazu unten in der Beschreibung. Und nun beginnen wir mit den offiziellen Themen von Arma 3 und Arma Reforger. Beginnen tun wir mit dem 17. Death Report und passend dazu am 17. Mai 2023. In diesem Death Report geht Bohemia Interactive noch einmal ein bisschen auf die letzten Monate ein. Noch ein paar Trailer zu den Artwork-Trailer, zu dem Mainz-Update, wo wir zugleich nochmal kommen werden. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, so richtig viel Neues gibt es dabei nicht. Sie arbeiten weiterhin an einem Balancing-Problem, vor allem am wirtschaftlichen Ressourcen-Management-Ding. Denn es ist ja nun mal so, dass in den Kisten unendlich Munition zur Verfügung steht, während die Ticker für die Ressourcen nach unten ticken. Allgemein sollen sich logistisch einige Sachen tun. Außerdem soll es einige Anpassungen für Server-Administratoren geben. Und natürlich das Mainz-Update wird nochmal, das Minen-Update wird angesprochen. Allerdings muss ich leider gestehen, es fehlt mir das Konkrete dazu. Es ist nicht viel Neues zu den KI-Verhalten allgemein. Wie sieht es mit den Fahrzeugen aus? Wie sieht es mit weiteren Fahrzeugen und KI-Verhalten aus? All das können wir in diesem Death Report leider nicht sehen. Sofern ich es jetzt nicht überlesen habe, da bin ich mir aber ziemlich sicher, dass ich das nicht habe. Und das finde ich persönlich sehr schade. Wäre aber meine persönliche Meinung. Wirklich viel mehr gibt es hier ansonsten nichts, außer ein kleines Recap, was bereits von Arma Reforger passiert ist. Und das ist ja einiges, aber eben noch nicht das, was man sich selbst erhofft. Werfen wir hierzu eine Frage in den Raum. Das würde mich interessieren. Wie steht ihr zu der persönlichen Entwicklung von Arma Reforger? Schreibt es unten in die Kommentare. Bleibt da bitte sachlich und seid lieb, auch wenn ihr Kritik äußert, was ich eindeutig verstehen kann. Also ab in die Kommentare mit eurer Meinung zu Arma Reforger und dem Entwicklungsfortschritt von Bohemia Interactive. Und kommen wir damit zum Minen-Update von Arma Reforger. Das nächste große Update kam am 11. Mai 2023 raus. Und wer hätte es gedacht? Es geht um Minen, die man selbst platzieren kann. Man kann auch Marker setzen für Minen, sodass man es quasi markieren kann, wo Minen sind, damit man vorbeigehen kann. Das ist eine coole Sache. Es gibt Performance-Optimierung. Das KI-Verhalten wurde gebessert. So soll die Deckungssuche deutlich ausführlicher sein. Vor allen Dingen bei der Wegpunktfindung soll das wohl sein, wenn ich es aus dem Change-Log richtig rausgelesen habe. Es gab einige Optimierungen, aber meiner Meinung nach nicht der Fokus auf das, was wichtig ist. KI kann auch immer nicht fahren. Mein Stand am 21.05.2023. Das ist noch ein Problem, was immer noch besteht. Aber trotzdem, das Minen-Update gibt natürlich ein ganz neues Spielfeeling und ein ganz neues Spielverhalten für die Community. Ich bin gespannt. Ich bin aber auch der Meinung, dass dieses Update die Leute definitiv nicht zurückholen wird. Aber schön, dass die Entwicklung trotzdem weitergeht. Kommen wir damit zu einem Arma 3-Thema. Der Global Mobilization DLC hat das Update 1.5 nun offiziell erreicht. Ich weiß, ich hatte es in der letzten News angesprochen, doch das Update ist wieder einmal riesig. Mit vier neuen Fahrzeugen und Fahrzeugvarianten, mehr als 15 neuen Waffen. Additional Highlights, wie es im Change-Log besteht. Das bedeutet also, es gibt einen neuen Multiplayer-Game-Modus Force Recon. Den habe ich selbst noch nicht probiert. Ein Szenario und eine entscheidende Änderung im Editor. Man kann per Modul automatisch Gebäude mit Möbeln bestücken lassen. Das ist ein cooles Feature, was deutlich helfen wird. Es gibt außerdem natürlich einige Fixes. Und ich freue mich, dass dieses Update kam. Denn der Global Mobilization DLC ist über die Jahre immer wieder gewachsen. Und ich bin froh, dass hier weiter fleißig gesupportet wird. Und freue mich darauf. Und ja, ich habe es nicht vergessen. Es gibt GSG-9-Einheiten. Ihr habt es richtig gehört. Also eine Menge Stuff, den es im Update gibt. Schaut auf jeden Fall gerne mal rein. Ich führe auch ein Let's Create-Format momentan dazu. Der Link ist oben in der Infobox. Das Ganze hat letzte Woche begonnen. Da schauen wir uns auch sicherlich das ein oder andere neue Feature mal an. Kommen wir in diese Arma News. Nun zu den Arma Reforger Community Themen bzw. Mods. Und beginnen wir damit mit einer Waffe der G3A3 DMR Variante. Eine Variante, die man auch gerade ganz gut eingeblendet sieht. Mit 7,62 Millimeter Munition. Eine schöne Waffe, die dazu kam. Ich bin froh, dass hier auch die Mods weiterhin entwickelt wird. Neue Waffen gibt. Allerdings hoffe ich natürlich, dass irgendwann auch ein großes Waffenpack kommen wird. Und man das Ganze weiter und weiter ausbauen kann. Und vielleicht auch bequem in Arma 4 importieren kann. Das ist ein Wunsch, den ich habe. Und trotzdem freue ich mich auch über Kleinigkeiten. Denn wir sind in der Arma Community. Und wir sind eigentlich dafür bekannt, dass wir uns auch für kleine Sachen freuen können. Bei dem nächsten Projekt muss ich gleich dazu sagen, dass im Hintergrund eine Spielweise bzw. eine Mission eingeblendet ist von einem Ravage Gameplay, was ich in Arma Reforger aufgenommen habe. Aber ihr lest es richtig. Es geht um DayZ Reforged Experimental. Es wird also an einer DayZ Variante von der Community gearbeitet. Das ist alles Ganze noch in der Experimental Version und wird sicherlich einiges an Zeit brauchen. Aber hier müssen wir bedenken, dass das Ganze wahrscheinlich dann auch in Arma 4 reingebracht werden kann. Leichter, weil die Engine dieselbe bleibt. Zumindest von der Art und Weise her. Und ich bin froh, dass auch solche Projekte angegangen werden. Denn sind wir mal ehrlich. Es ist wichtig, dass neue Spielmodis kommen und mehr Beschäftigung in einem Arma-Universum. Denn es ist wichtig, dass man zu tun hat. Das ist ja das, was die Community auszeichnet. Also hier scheint auf jeden Fall was in der Entwicklung zu sein. Ich bleib dran und werde euch informieren, wenn es da greifbare und bessere Informationen gibt. Dynamisches und besseres Wetter in Arma 3. Per Module kein Problem mit Drongos Dynamic Weather. Mit dieser Modifikation kannst du persönlich mit Modulen einen dynamischen Wettereffekt in deine Mission einbauen. Das Ganze funktioniert sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer. Denn Wetter spielt immer eine unglaublich wichtige Rolle für Missionen, für die Immersion und vor allen Dingen auch für Sandbox-Szenarien eine wichtige Rolle. Von daher eine schöne kleine Modifikation, die deutlich mehr Möglichkeiten gibt und das Ganze einfach per Module steuerbar macht. Von daher eine coole Sache. Danke dafür an die Arma 3 Community und liebe Community. Mit dieser Mod beginnen wir mit den Arma 3 News. Bei mir im Discord gepostet und auch wenn die Modifikation schon etwas älter ist, möchte ich sie trotzdem gerne kurz vorstellen. Mr. Cat's Special Weapons and Tactics bringt die SWAT und die LAPD Fraktion in Arma 3. Bereits 2021 erschienen. Aber vielleicht ist das für den einen oder anderen etwas. Ihr habt es euch auch gewünscht, dass ich einen Blick auf alte Mods werfe und auch da immer mal in den Workshop reinschaue. Das heißt nicht nur aktuelle Themen anschneide, sondern vielleicht auch Perlen oder Modifikationen, die etwas im Hintergrund sind. Von daher gerne mal reinschauen und unterstützen Mr. Cat damit. Vielen, vielen Dank für die Arbeit, denn Mr. Cat arbeitet an einigen Projekten, hat bei einigen Communities mitgewirkt. Von daher lohnt es sich bestimmt einmal reinzuschauen. Bei der nächsten Modifikation TV Guided Missile bedeutet eine Modifikation, wo man Raketen lenken kann und das Ganze auf einem Bildschirm verfolgen kann. Mit der Maus kann man die Rakete bewegen und dafür gibt es drei neue Varianten, die es ins Spiel geschafft haben. Zum einen Varianten mit Sprengkraft, aber auch zum einen eine Variante ohne Sprengkraft, die natürlich für saubere oder leisere Aktionen, Operationen verwendet werden kann. In Arma 3 ist das Ganze nun möglich, damit natürlich ein ganz neues Spielverhalten auch auf dem Schlachtfeld zu provozieren. Denn wenn man die Raketen anders steuern kann, selbst steuern kann und dabei sogar noch zuschauen kann, gibt es da bestimmt die ein oder andere nette Mission, die davon profitiert. Die Modifikation ist jetzt zum Downloaden verfügbar, seit dem 20. April. Schaut also gerne mal rein und meine Frage an euch, nutzt ihr die Mod im Clan? Dass Intruders es bereits in den Workshop geschafft hat, ist kein Geheimnis, doch im März kam dann auch eine neue Kartenvariante auf altes, der Marktplatz. Die Map ist deutlich kleiner und trotzdem angenehmer zu spielen. In Intruders kämpfen Killer vs. Überlebende ein bisschen das Dead by Daylight in Arma 3. Ein Killer plus vier Überlebende und man kann sogar noch einen Zuschauer mit hinzufügen, wo man das Ganze kommentieren kann. Das Ganze steht jetzt im Workshop zur Verfügung, schaut gerne mal rein. Und meine Frage ist, habt ihr schon mal Intruders gespielt? Und ansonsten, vielleicht wird es da auch mal wieder ein Community-Event geben, wo wir uns eben mit dieser Mod befassen. Und das sind immer lustige Abende gewesen, wo ich gerne zurückdenke. Vielleicht für kleine Clan-Runden, warum nicht nach einer Operation, um etwas lockere Stimmung zu bekommen. Von daher, schaut gerne mal rein. Danke an die Entwickler hierbei. Die Mod steht zur Verfügung im Steam Workshop. Es sind kleine Mods, mit denen wir uns heute beschäftigen. Mit Web Nights 2 Primary Reapons habt ihr die Möglichkeit, zwei größere Waffen auf einmal zu tragen. Natürlich ist das jetzt auch nichts gravierend Neueres. Aber was will ich mehr dazu sagen? Die Mod steht zum Download zur Verfügung. Schaut gerne mal rein. Gibt sicherlich das ein oder andere Szenario, wo man das mal brauchen kann. Vor allem kann ich mir das gut vorstellen in Aufklärer-Position, dass diese Funktion, diese Mod sicherlich nützlich ist. Ihr wollt wirklich krass Milsim spielen? Ihr sagt immer, ihr seid Milsim? Dann ist die Modifikation Ace-Dump wahrscheinlich was für euch. Mit der Ace-Dump-Modifikation fügt ihr ein System hinzu, wo euer Charakter auch Ausscheidungen bringen muss. Ihr habt es richtig gehört, unter anderem das. Das heißt, Field-Rations haben noch eine andere Bedeutung. Man kann zum Beispiel mit Energy-Twinks die Ausdauer erneut besser pushen und verschiedene andere kleinere Sachen, die dazukommen. Es gibt also ein paar kleinere Sachen, die man hier nützlich machen kann. Ist sicherlich eine Mod, die man mögen muss, wo man vielleicht drauf zurückgreifen kann. Aber vor allen Dingen glaube ich, bei Rollenspiel-Missionen oder längeren Missionen, wenn man es richtig Hardcore haben will. Wieso denn auch nicht sowas? Und das ist ja, was Arma 3 so ein bisschen auszeichnet. Man kann hier immer wieder von lernen. Man kann immer wieder neue Sachen sehen. Und das ist sicherlich etwas, was es so meiner Meinung nach nicht gab. Schaut gerne mal rein, wenn ihr Interesse daran habt. Kommen wir nach langer Zeit wieder mal zu einer Icebreaker-Modifikation. Jula Kia, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, eine Map, die in Entwicklung ist. Im Hintergrund gerade Bilder von der Facebook-Seite von Icebreaker eingeblendet. Der Link ist unten in der Beschreibung. Schaut da gerne und folgt gerne, wenn ihr dort regelmäßig informiert werden wollt. Eine Map, die es momentan noch nicht zum Download gibt, die noch immer in der Entwicklung ist. Wo wir aber wahrscheinlich davon ausgehen können, dass das das nächste große Ding ist, was veröffentlicht wird. Ein genaues Datum gibt es hier natürlich noch nicht. Allerdings sehen die Bilder schon sehr nett aus. Kommen wir damit zum Community-Part. Um Beginn tun wir mit den Kommandospezialkräften. Dem PvP-Event am Samstag, dem 3.06.2023. Wo fünf Clans und Communities aufeinandertreffen. Darunter die 696. Das KSU, die 121. KDU-KP, die JTF und das Rosenrudel, die es in dieses Szenario schaffen. Kleine und mittlere Communities, die zusammenarbeiten und eine 64-Mann-Mission, die eine TVT-Mission abhalten. Da wir Abkürzungen vermeiden wollen, wäre das die JTF Joint Task Force, die KSU-Kommandospezialkräfte für urbanes Gelände, die 696. und das Rosenrudel sowie die 121. Kommando-Kompanie. Die Karte wird Rocher sein. Es geht darum, die in russischen Einmarsch in dem Gelände weiter zu verhindern und aufzuhalten. Dabei kämpfen NATO-Streitkräfte gegen russische Streitkräfte in einem spannenden TVT-Match. TVT, wie gesagt, mit 64 Spielern. Die Leitung liegt beim KSU unter der Leitung von Uli. Schaut auf jeden Fall gerne rein. Das Ganze wird auch auf Twitch kommentiert. Der Link ist unten im Google Docs-Dokument am 3.06.2023. Mehr PvP-Schlachten mag. Mit Story. Der sollte hier auf jeden Fall mal reinschauen. Und hier ein großes Dankeschön an das KSU, die so super mit mir kommuniziert haben und mir immer Sachen zugespielt haben. Im Hintergrund seht ihr auch gerade den Trailer zum Event. Wenn ihr den nochmal in Farbe und mit Sound hören wollt, schaut auf jeden Fall mal bei dem Link unten vorbei. Der Trailer ist echt gut geworden. Bei der nächsten Community handelt es sich um keine unbekannte Community. Bei Arma World findet die Coupetition 12 statt. Hier das Ganze am 23.06.2023. Glans wurden wieder eingeladen. Und es geht natürlich darum, wieder in TVT-Gefechten gegeneinander anzutreten. Der Link zum Arma World Forum ist unten in der Beschreibung. Hier gerne mal reinschauen. Schaut euch ruhig mal an. Arma World TVT-Events waren schon immer sehr beliebt. Hier also ruhig einen Blick drauf werfen. Ich denke, schaden wird es auf keinen Fall. Gruppe W hält seit geraumer Zeit Public Kampagnen ab. Und so geht es am 25.05.2023 weiter. Um 19.30 Uhr, wenn du noch in keinem Clan einer Community bist und einen Blick auf Gruppe W werfen willst und damit auch meinen Partner vom YouTube-Kanal, dann schaut auf jeden Fall gerne mal rein. Vielleicht ist das für den einen oder anderen etwas mit der Operation Plattschuss. Schaut gerne mal rein. Einen Link auch hier zum Arma World Thema in der Beschreibung bzw. im Google Docs Dokument. Liebe Community, damit sind wir am Ende dieser Arma News angekommen und ich werde von YouTube gezwungen, Shirts zu machen. Und es kann sein, dass vielleicht das ein oder andere Thema zukünftig, und ich wiederhole, es kann sein, dass das ein oder andere Thema zukünftig auch als Shirt kommt, wenn es Neuigkeiten gibt zu kleineren Projekten. Und auch hier gilt natürlich, auch für dich da draußen wieder, für deine Community, melde dich bei mir, sei bei mir im Discord. Und wenn ich etwas für euch tun kann, ich heiße Karmaopteryx-Armaopteryx und bin bewusst neutral, wenn ich euch also unterstützen kann, deine Community unterstützen kann, dann geh auf mich zu. Ich versuche zu helfen, wo ich kann. Und ansonsten bleibt mir nur eines zu sagen, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und unterstützt mich damit kostenlos und wir sehen uns zur nächsten News wieder. Bis dahin, Leute, denkt daran, ihr seid die Besten, keine anderen. Euer Martin. Macht es gut. Ciao. Du befindest dich jetzt in der Outro-Card. Rechts befindet sich ein weiteres Video, in der Mitte kannst du bequem auf Abonnieren klicken. Und links könnte sich auch ein Video befinden zum Zeitpunkt am 21.05.2023. Kann ich das noch nicht ganz genau sagen, aber da wird bestimmt irgendwas sein. Klick da gerne mal hin, schau gerne mal rein auf jeden Fall. Und auch hier nochmal ein großes Dankeschön an dich da draußen, an alle Patreons, Kanalmitglieder, Twitch-Abonnenten. Wirklich an alle, die mich auch finanziell unterstützen. Dankeschön. Und nun aber will ich gar nicht so viel sagen. Geh doch einfach zum nächsten Video. Du bist ja immer noch da. Tschüss, wir sehen uns. Psst, du musst doch klicken. Wirklich, musst du. Tschüss. 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 Tschüss.